dann mal lässt du die an der seite wo das fenster ist weg machst du die nicht ganz rum sondern nur halb so wie es geht halt nur halb rum oder so hilfe ich abstürzen ihr mensch was den du schon wieder ich bin doch schon eben abgestürzt und abglück hat das der weiß ja nichts wird nicht ab blammer mich am rand der platten fest da denke ich manchmal das sind alles semiprofessionelle der schlumpfklamotten ja genau es ist halt weiß ich habe hier einfach nur ein pulli an darunter ein t shirt und ja es muss von stream reichen und wer mich hässlich findet hat pech gehabt so richtig immer so anders hingehen noch ein höher wie kann ich es erreichen richtig mache das sollte ich ja mal zu machen so ich finde es immer noch total geil hier durch zu gehen gerne es ist schön wo bist du denn gerade ich bin auf den gewölben und versuche hier eines zu bauen auf den gewölben ich sehe hier ein sandhäufchen also sandtürmchen ja richtig konzentrieren zu hause laufe ich auch immer gemütlich rum ja es hat geilste was man machen kann ohne auf jeden fall auch also ganz ehrlich na außer ich bin natürlich irgendwo zu besuchen da nicht aber ich glaube eigentlich auch wenn ich hier privat denn immer sobald ich wenn ich meine arbeit komme das erste was ich mache wohlfühlklamotten an genau das erste was ich mache bevor ich anfange zu kochen oder irgendwo außer ich weiß muss nur einkaufen oder so na dann gut aber genau das älteste t shirt und ja so schlumpfig wie es geht richtig da finde ich sowieso immer die t shirts gerade wenn sie so am aller aller gemütlichsten sind richtig schön weich gewaschen die baumwolle dann kriegen sie löcher dann musst du neue kaufen und dann sind die gemütlichen t shirts alle ja ich habe bei mir in den schränken überall weißt du diese lavendelsäckchen drin egal in welchem fach in welcher schublade auch immer ich habe überall wirklich lavendel meint das interessiert die motten weißt du das interessiert die also ich bin ja naturliebender mensch und auch ziemlich öko und bio und so aber bei motten greife ich zur chemischen keule das muss ich gestehen ich habe ein kleid und das war nicht billig also ich habe ja normalerweise auch ganz normale klamotten du hast mich ja schon kennengelernt na ja ganz normal aber ich habe wirklich ein kleid das ist war wirklich richtig teuer und da habe ich sogar einem kleiderhaken oben so ein dingen dran gehangen ja meinst du die motto interessiert dass da ist ein loch drin aber ja und das ist seite mal aus sprühen echt das ist auf der auf der gift und sprühe aus weil dann hat es keinen zweck mehr weißt du ja für den partnern darf man sich aber auch mal sexy anziehen ja natürlich na klar habe zwar kein partner aber hätte ich ein partner hätte für ich das auto hat nehmen wir dann für eine fair für den daz ja auch so wenn man wenn man rausgeht klar dann macht man sich fein macht man sich schick ach so liebe tabu auch für dich gilt ihr könnt uns unterstützen ja ohne dass ihr dafür bezahlen muss ja ihr müsst einfach nur ausrufezeichen gut einen bei eingeben bei uns im chat damit gibst du uns eine kleine spende ohne dass du dafür mit ein geldbeutelchen aufmachen muss wäre super wo wohnt denn ihr dass ihr solch motten probleme habt ich wohnen nähe köln sage ich mal also ich wurde nicht direkt in köln das sind so 30 35 kilometer noch bis dahin also recht ländlich ja und wir haben auch echten mäuse problem und also die huschen bei uns oben auf dem dach hörst du halt immer nachts weißt du wenn alles schon ruhig ist dann hörst du so hin und her rutschen ja ich wohne halt echt ländlich also links von mir da sind jetzt noch zwei häuser also ich wohne in so einem reihenhaus ja dann kommt noch eine autowerkstatt und dann kommt schon welt und ja dadurch haben wir echt die probleme hier wie lutz funs nicht das ist aber an das muss aber an sein ich kann ich weiß nicht ob mein bruder noch da ist also lutz ist auf jeden fall aktiv moment mal ich kann auch mal hier so ich weiß er sieht jetzt gerade nur es ist aktiv ich bin eingeloggt mann kassen und einmal ist kettchen oder ja kassen ist mein bruder Ja, er ist mein Bruder. Ich kann ja mal gucken, ob der noch da ist. Ist zwar blöd, jetzt hier so mitten im Stream, aber ich gucke mal. Ich bin mal kurz weg. Ja, Gerda? Ja. Ich bin nicht zu weit raus. Ich bin nicht zu weit raus. Wurde gerade im Chat geschrieben. Wurde gerade im Chat. Hallo, euer Gnaden. Schön, dass du da bist. Guckst du auch mal bei meiner Schwester rein. Ja, das finde ich ja cool. Ist Get Weasel dein Bruder. Halt doch die Fris, Alter. Und schönen guten Abend an alle anderen natürlich auch. Hallo Achilleax. Geil, dass du auch da bist. Achilleax, hey! Sehr cool. Schönen guten Abend. Loots funktioniert. Das Problem ist, dass der Befehl nicht funktioniert, weil ich ja hier stehe. Und dementsprechend der Bot nicht an ist. Und die Botbefehle ja nicht funktionieren, wenn der Bot nicht an ist. Also Loots funktioniert schon. Nur der Befehl Ausrufezeichen Loots klappt natürlich nicht. Ja, weil der Bot ist ja nicht an. Den kann ich aber gleich, wenn ich zu Hause bin, anmachen. Dann funktioniert das auch. Und dann funktioniert noch alles an. Dann kriegt ihr auch eure Coins und so. Das kriegt ihr alles im Moment nicht. Ach stimmt, Bots ging ja noch gar nicht über meine. Nee, bei dir geht der Bot nicht, weil wir müssen gucken, ob wir irgendwie die Daten übertragen bekommen. Stimmt. Wenn das nicht funktioniert, klappt das leider nicht. Ja. Weil du hast ja die ganzen Daten von mir nicht. Und umgekehrt. Dann muss ich mich nochmal reinlesen, wie wir das untereinander machen können. Ja. Hallo Talea, auch schöne Grüße an dich. Ja. Noch bin ich ja da. Kommt morgen ein Stream? Wahrscheinlich nicht. Wer braucht schon Coins? Genau. Wer braucht schon Coins? Ja. Ja Mama, ich krieg keine Coins. Hör ich schon den ersten Widerrufen. Jetzt kommen sie aber alle. Das ist schön. Die ganze Zeit war, war ruhig. Huhu. Zu meinen Streams kommst du ja nicht, Tabo. Du bist ein ganz freches. Das streamt man fünfmal die Woche und liest deinen Namen nicht ein einziges Mal. Deine Schwester ist hübscher als du. Das ist ein Gerücht. Gerda ist doch da. Ja, habe ich gelesen. Habe ich gelesen. Ja, da ist doch da. Ja, Gerda. Das ist ein Gerücht. Guck, wer kann. Das ist ein Gerücht, dass ich da bin? Hallo. Wo ist die Kamera? Da, hallo. Hallo. Ich sehe mich. Wo ist denn die Kamera? Verdammt. Da sehe ich mich. Ach, das ist gar nicht dein Kamera. Ach, da muss ich hingucken. Ach so. Ja, krass. Sie spielt leider das Falsche. Ja, das ist richtig. Das sage ich hier auch immer. Wer will schon Minecraft? Ich gelobe Besserung. Ja, ich gelobe dem auch. Minecraft, wir wollen Minecraft. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich dich mal in meinem Stream sehe. Aber ich glaube, die Spiele, die Spiele interessieren dich nicht. Aber ich würde mich trotzdem mal freuen über ein Hallo. Ich bin am Montag übrigens wieder da, 19.30 Uhr. Ich mache jetzt mal gerade Werbung in Eigenregie, aber ist ja unser Kanal, von daher passt das. Das passt. Also 19.30 Uhr am Montag. Morgen gibt es keinen Stream. Was? Ich soll mal Northgard spielen. Das wird ohne U geschrieben. Das habe ich gestern gezockt. Das habe ich mir gestern gekauft im Stream. Ja. Frisch gespielt, direkt erst mal sechs Stunden. Da bin ich nicht von weggegangen. Der Achilleax hat das mit mir zusammengezockt. Das war echt witzig. War ein cooler Stream gestern. Ja. Ach, da kommt der nächste. Hm? Nee, habe ich noch nicht. Links? Ja. Du hast noch die Raubbitte. Ja, okay. Siedler interessiert mich. Da musst du Mittwochs kommen. Mittwochs gibt es immer Siedler. Mittwoch ist Siedler-Mittwoch. Noch. Gucken wir mal, wie lange noch. Spiel doch mal Rimworld. Da gucke ich zu. Ich störe gerade, ne? Ich merke das. Gerda sagt, du sollst mal Rimworld spielen. Achilleaxi hat ihm immer wieder den Arsch retten müssen. Ja, genau. Habe ich auch so in Erinnerung. Ich habe nicht in Erinnerung, dass er auf einmal mit 250 Punkten im Endgame war und ich über 1000 hatte. Stimmt, das war andersrum. Mittwoch, 1930, genau. Ähm, Rimworld? Ich gucke es mir mal an, ja? Ach so, hallo Gerda. Dich habe ich total vergessen. Hallo. Ja, grüß dich. Grüß dich zurück. Ich bin es nicht gewohnt, dass man dann im Teamspeak oder so jemanden noch hat, weißt du, mit dem man streamt. Ja. Das ist ja eher eine Ausnahme bei mir. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Stream, auch wenn es das falsche Spiel ist. Und hoffe, dass ich einige von euch dann am Montag wiedersehe. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ist nicht der falsche Stream. Der einzig wahre Stream. Übrigens hört man dein Handy-Sound übers Mikro. Ja, ich bin jetzt auch sofort wieder draußen. Ich würde vielleicht das Handy leise machen. Ja, ich wusste nur, weil ich angegriffen werde, die Flanke. Die Flanke. Hashtag Yabu Family, ja. Hallo. Hallo. So ist viel schöner, finde ich. Wenn du aus der Kamera rausgehst, wir können dich auch einfach nach draußen schieben. Ja, also, ich wünsche euch allen was Tolles. Ich fahre jetzt nach Hause und mache dann den Bot an. Also, das wird so in einer Stunde sein. Ja. Ungefähr. Alles klar. Ja. Ich wünsche euch was und dir viel Spaß. Fahr vorsichtig. Ha, hat sich gereinigt. Boah. Goethe. Du sollst vorsichtig fahren, hat Gerda gesagt. Vorsichtig soll ich fahren? Ja, gut. Ja, es ist kalt. Es gibt Glatteis vielleicht. Ich sagte, es gibt Glatteis vielleicht. Ja, vielleicht, aber bei ihr, aber nicht ihr. Ich bin ja 5 Grad und jetzt hier Glatteis. Oh ja. Jetzt halt, die macht sich doch auch nur Sorgen. Jetzt ist sie nur noch halb so hübsch. Ja, ja. Also, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ja, tschüss. Kommt gut heim. So. So. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Das ist hier richtig scheiße. Ja, deswegen haben wir es auch immer, wann es weit nach hinten geschwommen. Ja. Nee, ähm, wir wollen doch hier unseren Dom fertig bekommen, Leute. Deswegen streamen wir heute wieder an unserem Döbchen. Mal gucken, wenn Carsten nächste... Uh. Äh, nächsten Samstag... Ja, nächsten Samstag nichts vorhaben sollte, dann kann ich ja... Ähm... ...wat anderes streamen. Ach so, wie mache ich das denn jetzt hier mit dem Gitter? Ja, richtig, natürlich. Hier unten. Machen wir das jetzt erstmal so, weil ich hab jetzt grad kein Gitter mit. Spielt die im Hintergrund auch WoW? Nein, Gerda spielt kein WoW. Ah. Nope. Das lese ich jetzt nicht vor, euer Gnaden. So, das müsste so passen. Mann! Tja, zumindest die Anrede zu mir passt. Ne, wir können ja mal gucken. Ich spreche das mal mit meinem Bruder ab. Wenn er nächste Woche Samstag nicht streamen sollte... Ähm, nächste Woche Samstag habe ich nix vor. Ne, dann können wir ja mal gucken, was wir mal dann zusammen streamen. Aber heute ist Domtag. Das wäre ja beinahe schon in die Hose gegangen, weil die liebe Gerda kein Internet hatte. Ja, man stelle sich vor. Ja. Internet. Geht ja mal gar nicht. Ne. Wie heißt dein Texture Pack? Ähm, das heißt Cedar Kraft. Das Texture Pack, was ich dran habe. Das Texture Pack, was ich dran habe.